ja hallo leute lily looking through lily das ist lily das ist nur die demo version lecker froschenkel es wird nichts mit froschenkel sie ist tot oh nein gib mir die brille ich glaube sie braucht was Was? Oh, nein, nein. Okay. Ah, jetzt. Okay. 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 Hmm. Jetzt haben wir es. Jetzt schlag das andere Kind. Ich lag jetzt nicht diesen Weg. Hey Lilly, wo gehst du hin? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh nein, 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 nein. Nein! Willy! Hilfe! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott Und tschüss Nimm den Kommunistenhut Setz ihn dir auf Ja Hinterher Oh war das schön War das nicht schön Und jetzt Das hippie gespänzt Hier Okay Oh der Froschenkel Lecker Froschenkel Oh Okay Der alte Frosch hat da hinfahren lassen Oh Macht er den hier nochmal? Vielleicht komme ich jetzt drüber, hier. Okay, anscheinend doch. Mach nochmal den hier. Nochmal den hier. Und einer geht noch. Ein Stoss geht noch rein. Oh je, oh schade. Moment. Einer so. Und do it again. Und. Äh. Okay, so funktioniert's nicht. Stoss. 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 Äh, ja. Ah, was war hier? Ah, okay. Stoss. Jetzt da. Okay. Und wieder da. Ein ewiges hin und her. Ja. Und nochmal. Juuu. Juss. 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 LILLE. Juss, juss, juss. was ja jetzt sind sie zu groß wenn das hier wäre eine scheide man was was konnte ich denn die kleinen erstellen oh Oh je. Das wird lange gehen. Und wieder hier. Und wieder hin und her. Und wieder da. Erinnert mich an Mist. Kennt ihr Mist, das Spiel? Ist ja egal, ob Exil oder das erste und so weiter. Die habe ich auch immer gespielt. Die waren ähnlich. Non-stop-Rätsel. Non-stop. Von Anfang bis zum Ende nur Rätsel. Rätsel hier, Rätsel da. Und wieder hin und wieder pumpen und wieder das und Melodien nachspielen und Zeugs einstellen und furchtbar. Jetzt. Komm, Lilly, ich glaube an dich. Du schaffst es jetzt. Hey, ich brauche groß, klein, klein. Ich will mir das wirklich sagen. Was ist das für ein Scheiß-Spiel? Ich will das jetzt noch schaffen. Oh mein Gott. Und wieder da hin. es gibt noch andere Rätselspiele, wie heißen die denn alle? Weil beim Mist war es noch so, dass das Scheiß-Bücher und mit den Typen in den Büchern und Geschrei und... Fürchterlich. Das erste Mist war sogar noch aufwendig aus 95, glaube ich. Mit einem Baum, der nach oben und unten gefahren ist und ja, was auch immer. So. Jetzt stell dich nicht so an. Dein Freund ist schon lange tot. Weil du hier so blöd... Weil du dich hier so blöd anstellst. Hey, what? What? Ich verstehe es nicht. Ich mach doch kurz einen Cut. Moment. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich es. Es gibt noch eine Riesenblase. Gibt es auch noch? Ja, jetzt zuckt es rein. Hol dir deine Scheiß-Bücher. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Guck, guck. Jetzt aber raus hier. Oh, ja. Okay. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, toll. Ich springe zwischen den Zeiten hindurch. Äh, was? Wieso rennst du nach unten? Ja. Ah, das Rad. Dreh mal am Rädchen. Am Rädchen, Rädchen. Okay. 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 So, jetzt. Okay. 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 Kann denn die Olle da... Okay, schon oben. Ist ja krass. Und jetzt? Wie bei Zelda, die Eule. Die Olle Eule. Hm. Äh, was? Äh, was? Ähm. Ähm, meh, 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 meh. Ich verstehe es nicht. So, jetzt wieder rüber. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Aha, aha. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oder hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. dann kann ich hier so rüberklettern maybe wieso spiele ich überhaupt so Rätselschrott und wieder rauf kann man das nicht überspringen Brille auf und Brille runter ja oh Gott ja voll das Adventure Barbie beeil dich ja das war's mit dem Demo danke fürs Zuschauen danke für die Geduld tschüss Leute